Dennis fragt Pete Smeet. Wer von euch ist der schlechteste Lügner? Eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich würde vielleicht sagen Sepp, aber ich weiß es wirklich nicht. Ganz schwierig, und das sage ich nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihn bei TTT am ehesten erkennen kann. Ansonsten schwer zu sagen. Boah, keine Ahnung, wie der schlechteste Lügner ist. In TTT würde ich sagen, wenn ich das auf TTT beziehe, dann würde ich sagen wahrscheinlich Sebastian. Weil immer wenn der sagt, nee, auf jeden Fall, das funktioniert auch. Also immer wenn Jay super laut wird, ist der Traitor. Boah, ich sage Jepp. Weiß ich gar nicht. Ich glaube der beste ist Bram. Der schlechteste... Der Sepp kann halt auch... Keine Ahnung. Jay oder ich. Dürft euch ausrufen. Ich lege mich fest auf Jay. Wir haben eigentlich alle so unsere Eigenschaften, woran man relativ gut erkennt mittlerweile. Erkennt man das nach jahrelanger Zusammenarbeit und Zusammenleben. Ähm... Wer ein... Wer halt lügt. Und ähm... Man erkennt es auch mittlerweile schon bei Dalu, wann er lügt, ja. Vor allem kann man das ganz gut bei TTT oder Secret Hitler erkennen. Aber Dalu ist jetzt nicht Teil der Frage, ja. Wer von euch ist der schlechteste Lügner? Boah. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht... Kann ich wirklich nicht sagen. Ich will mich da auf keinen festlegen. Ich würde sagen, wir sind alle schlechte Lügner. Tatsächlich. Der schlechteste Lügner, ähm... Würde ich jetzt einfach mal mich betiteln. Ich... Also ich glaube, wir können alle nicht so mega gut lügen. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm... Ich zähle eher zu den schlechteren Lügnern. Ich zähle wäre wieder gerne einернойles. Ich kenne dieja... Ich kenne dieja, die hat es nicht gegebenen kann. Ich kenne die Kriterien. Ich kenne die Kriterien. Ich war ganz toll. Und ich war groß im Man. Okay? Okay. Ich war gar nicht rode. Und dann müssen Jahr. Oh mein Gott ist ja expedition. Torah. Bis zum nächsten Mal.